Crench Roy Leute und heute gucken wir uns mal die geheimen Sternen vom Battle Pass in Woche 5 an. Aber ihr müsst bedenken, dass ihr erst alle Herausforderungen der Woche 5 abgeschlossen haben müsst, damit der bei euch erscheint. Hier sehen wir den Ladescreen von Woche 5 und hier kämpft der Omega gegen den Carbide. Und im Hintergrund sehen wir das Gebäude von Tilted Towers und da an der Wand ist der Battle Pass Stern. Und unter diesen Sternen kann man eine Krabbe sehen. Da ist es auf der Karte und auf dieser Krabbe erscheint dieser Battle Pass Stern, wenn ihr alle Herausforderungen dieser Woche 5 abgeschlossen habt. Viele in den Kommentaren haben sich auch gefragt, was mit der Minigun LMG Challenge los ist. Die zählt bei manchen nicht, aber wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon wieder behoben. Epic Games ist da schon dran. Und das mit der Disco Kugel habe ich euch ja schon bei der Schatzkarte von Greasy Groove gezeigt, wo das ist und wie es funktioniert. Einfach mit einem Squad hingehen und tanzen. Ich hoffe ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ihr könnt ja gerne ein Abo dalassen und die Glocke anmachen, um immer auf dem neuesten Stand zum Thema Fortnite zu bleiben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Zocken. Euer Crunch Royal